Und dann mache ich jetzt mal hier das ganze Stein mal weg. Aber hier soll ja alles Wiese werden demnächst. Habe ich aber rumgewütet, ja eh. Jaja, so ist das eben. Da höre ich mal ein bisschen Bullen, ein bisschen Kram und ein bisschen Hacken hier. Nur um eine Fläche hier zu kriegen. Wie gesagt, das soll ja alles Wiese werden dann noch hier. Und ordentlich einen Rand mache ich mir dann hier auch noch. Dann werden wir dann wissen, wo es hingehen soll. Ich muss halt bloß gucken, wie ich die Schafe dann ja herkriege. Aber ich glaube für die Schafe werde ich mal dann so einen kleinen Weg dann schustern, den sie lang laufen müssen, ohne dass sie mir abhauen. Weil die Schafe umbringen wollen, will ich nur unbedingt. Habe ich mir was eingefallen lassen, eh. Ach, da ist noch ein bisschen was. So. Mal das erstmal. Ja. Sind wir noch lange nicht fertig hier. Aber. Hier haben wir schon mal. Was ist denn hier überhaupt? Na, Höhlenkuh. Was ist los? Oh. Muss ich halt so machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier hinten eine Höhle. Das wäre ja auch gewesen. So. Guck mal. So ein bisschen Leder abgestaubt. Auch nicht schlecht. Hier haben wir noch ein bisschen Kies. Guck mal. Das Loch hier würde ich sowieso zumachen. Wir müssen mal gucken, wie fern ich das jetzt gemacht habe. So hier. Guck mal, die Schafe sollen ja nicht in einem Loch fallen. Das wäre doof. Und du bist kein Schaf, du musst dann weg. So. 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 Jetzt haben wir das alles vor der Karte hier. Ich habe mir eigentlich mehr Arbeit gemacht, als ich es eigentlich hätte sein sollen. Na ja, wer keine Arbeit hat, der macht sich halt welche. So. Jetzt müssen wir auch mal hier hin. So. So. Huch. und dann fange ich schon mal an das alles ein bisschen abzugrenzen und dann können wir uns auch nach und nach wenn wir das Läubchen ausgutratigen dann so jetzt haben wir das schon mal die Erde hier einsammeln so jedenfalls wird das noch eine Menge arbeiten werden hier aber das wird schon irgendwie denke ich mal ich muss nur ein bisschen die Ruhe bewahren das sind bloß Beispiele so mir tun langsam die Hände weh und ich mach mal eine ganz kleine Pause ich bin gleich wieder da für euch so da wäre ich auch schon wieder nach einer ganz kleinen Pause jetzt geht es ja munter und fröhlich weiter so noch mal so hier aber ich hoffe mal dass wir jetzt bald fertig sind es ist ja jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel sag ich jetzt mal aber man muss halt bloß noch ein bisschen Geduld mitbringen so hier ist irgendwas falsch gerade hier so jetzt geht's hier haben wir noch eine Schaufel hier haben wir noch eine wir müssen eigentlich bloß noch die Bäume weg wir müssen eigentlich bloß noch die Bäume weg auf jeden Fall müssen wir noch sehr sehr viele Bäume abtragen wenn wir uns da auch die Zäune herstellen können man könnte es aber auch mit Steinen machen das geht auch sparen wir uns die Zäune wie schnell so eine Schaufel pflücken geht mein Lieber so so wie viel Stein haben wir denn jetzt überhaupt hier wir haben jetzt das ist gar nicht mal so viel na komm schon hoch hier na komm schon hoch das ist gar nicht mal so viel